Krieg machen ist nicht geeignet, klar, die fallen da einfach runter, was sollst du denn auch sonst machen, merkt man gerade, gell, der Tag heute, ich hab viel zu viel geredet, ich hab mir aber gedacht, ja, hey, mach noch eine kleine Aufnahme von Dark Hollow, ja klar, von Dark Hollow, ja, von Just Cause 4, der jetzt aktuell so gut läuft, ja klar bewegt das sich, der Feind ist auch kein Stein, dann fang mal an mit Sport, sieht schon richtig fett aus hier, bringt eigentlich nix, gell, kommen ja immer wieder neue, Okay, das schillt hier, das ist kriminell, gut, die der Stange macht, noch ein bisschen Breakdance weiter, will gar nicht umfallen, warte, jetzt, gut, wo ist denn das hier, okay, warte, so, hier anscheinend, der Generatio hier, oder, hier da, da leuchtet's, Oder? Es leuchtet immer noch? Hä? Ach da. Ähm, ja, gut, aber... Ich bin mir sicher und sicher, es leuchtet ja noch. Haben wir irgendwas überzieht? Mann! Lasst mich doch mal, ich will in Ruhe eure Basis auseinandernehmen. Man hat mich gebucht. Sonst gibt's kein Geld. Klar. Die Schiedbüche, äh, die, die Schied, die Schied. So. Ich weiß nicht. Das Ding leuchtet doch immer noch. Wir haben noch ganz sicher irgendwas übersehen, oder? Oder steht da unten was? Ah, wieder die Waffe? Ich weiß nicht, also... Vielleicht das hier, das hab ich schon mal gesehen. Mhm. Da kommt doch niemand, nie... Da kommt niemand drauf. Leuchtet... Jetzt ist's weg. Da kommt doch... Sag mal ernsthaft. Da kommt doch niemand im Leben drauf, dass das hier das Ding sein kann. So, muss es hier? Toll. Nein. Was haben wir... Der Zweite? Ah, okay. So, was ist das Zweite? Falls es, äh, das Gleiche sein sollte. Warte es. Schön, dass du in der Position bist. Ich bin aber noch nicht in der Position. So, ciao. Ciao. Da. Das weiß doch niemand. Ähm. Der erste Werfer ist freigeschaltet. Fahr ihn jetzt hoch. Geht. Okay. Da leuchtet's. Ach, da. Okay, 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 okay. Dann gehen wir mal da ganz... Äh, fix... Klar doch. Natürlich. Komm schon. Uh. Oder ist das hier... Aufwind? Sehr gut. Ja, wo denn sonst? Ich grabe ja nicht wie ihr Insekten auf dem Boden rum. Ich nehm die Abkürzung über die Luft. Ich kann sowas. Ich hab's gelernt. Mit den Wingsuits. Hier. In Wingsuit-Missionen. Da lernt man sowas. Mit den geilen Dingern. Würde ich immer machen. Freu mich. Hoffentlich auch wieder im fünften Teil. Yeah. Ja. Pssst. Sehr ruhig. Hier. Nee. Na gut. Oh, hier. Na? Pardonne Mord. Ich will gar nicht wissen, wie viele Leute das hier nicht bemerkt haben. Würde ich gar nicht wissen. Würde ich überhaupt nicht wissen. Würde ich überhaupt nicht wissen. Und ich muss jetzt auch mal sagen... Heißt das, dass der Turm mal umfallen soll? Nein, das wollte ich nicht. Einerseits, dass er... Äh... 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 Naja, ich hab ein bisschen gespiegelt, gell? Ich hab was geschaut. Bei Dr. Gronkh. Daher wusste ich jetzt, dass es da ist. Entschuldigung. Ich hätt's sonst auch nie gefunden. Na, komm. Klar. Wir schauen, dahinten müssen wir hin. Da oben drauf, oder? Oder? Nee, unten runter. Ich hab gar keine... Ach so, das... Ach so, das ist die eine... Ach so. Hä? So, wo ist das andere Ding? Genau über mir. Hier? Nee. Äh... Vielleicht oben drauf. Ciao. Klar, wie ist so ein Scharfschützer auf dem Boden. Funktioniert. Warum gibt dir niemand Deckung? Wo ist es denn jetzt? Hier? Nicht auffindbar. Keine Ahnung. Beide machen den gleichen Move. Seidenwechsel. Na gut, dann geh ich einfach mal oben hin. Nee, oben ist es auch nicht. Äh, doch, oder? Nee, das ist doch nicht das. Ja, klar. Na, komm. Hallöchen. Irgendwo muss es doch sein. Dann leuchtet es aber... Hier ist es doch nicht, oder? Naja, es leuchtet halt. Aber es ist echt hier. Ja, dann greift es doch zu. Keine Ahnung. Wüsste ich jetzt nicht, wo es sein soll. Irgendwo ein Dach. Darf ich ihm behilflich sein? Oh, der nervt. Ach da. Treiber vor der Koppel geladen. Klar doch. Der nächste Werfer ist bereit. Aktiviere den Raketenwerfer. Ja, wo ist der? Ah, schon wieder welche. Okay. Okay, C2. Was aktiviert sie eigentlich jetzt da? Ach hier, die Rampe. Oh mein Gott. Was will wir denn damit zerstören? Lalalalalala. Warte, es ist nicht zwei? Achso, da unten ist eine. Scheiße, pass auf. Boah. Erstmal Ciao mit Wow. Klar. Funktioniert wie am ersten Tag. Und ist hier. Was sollen wir hier machen? Auch, ähm... Weiß ich nicht. Naja. Ja. Ja. Das nehme ich jetzt mal nicht. Klar, das steht einfach oben drauf. Weiß nicht, kannst du da leuchtet es, aber... Achso. Klar, wie das ist so ein versteckter Generator. Warum denn auch nicht? Wir hatten ja jetzt bis jetzt... Wir hatten bis jetzt ja noch nicht genug. Erstmal hacken. Wer weiß, ob ein Helikopter kommt. Ich freu' ich freu' mich aber echt extrem aufs Update. Weil da werden ja Sachen ausgebessert. Sollte ich die Grafik hier, oder, oder... Die, die, die Dings hier. Die Steuerung. Okay, du kannst mich abholen. Ich bin in der Garage im Südwesten der Basis. Schnapp dir ein Auto und komm vorbei. Wenn du da bist, kub ein Rach. So, wo ist er denn? Dahin geht's lang. So, ich hab aber auch keine Ahnung, ob man während der Mission abbrechen kann, irgendwie. Pausieren kann. Musst es sein. Ja. Warten wir jetzt für ein Fahrzeug. Nimm mal das hier. Ich komme, ich komme. Ja, wird's bald. Ja, wo ist er? Ach so, ein R. Entschuldigung. Wir müssen eine Konsole auf der anderen Seite der Basis erreichen. Aber zwischen der Konsole und uns liegt eine Schlucht. Über die müssen wir rüber. Oh nein, eine. Ich hab mir den Grundriss der Basis genau angeschaut. Wenn wir schnell genug über einen der Werfer fahren, könnte doch ein lustiger Weg sein, auf die andere Seite der Schlucht zu kommen, oder? Klar. Ja, klar. Oh mein Gott. Hammer. Ja, kein Niko. Nein, kein Blockfahrzeug. Geht das? Und los geht's. Was ist denn hier passiert? Wer hat denn da aufgeräumt? Oder eher gesagt, nicht aufgeräumt. Die Stadt, die kann auch nichts. So, mal schauen. Ja, geil. Umgefahren. Ja. Na? Oh. Ja, gut. Hallo, kleiner Freund. Oh. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Was ist jetzt los? Hä? Hm, 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 hm. Ja. Ach so. Riffen wir gar nicht, gellst. Ich bin hier fertig. Na gut, mach ich einfach mal. Gegner vom Hals halten, halten, heiden. Heiden, heiden. Echt? Wo? Okay. Uh. Ich glaube, das Ding ist kaputt. Das Zielsystem ist unbrauchbar. Okay, du musst mich nochmal abholen, komm. Tja, wo? Die Hand kommt noch mit. Auch wenn es raucht. Ja gut, auch wenn es brennt. Ja gut, auch wenn man kein anderes Auto... Ich dachte, witz. So, das benutzen. Klar, umfahren. Zurück über die Schlucht. Da können wir nochmal über einen der Werfer fahren, oder? Das lässt sich sicher einrichten. Na klar, aber nicht so... Nein! Moment, Moment. Äh, oh, oh, oh. Panik, Panik, Panik. Zehe. Nein, das wollte ich nicht. Okay, Moment. Wir müssen... Wir müssen erst mal was konfigurieren. Moment. So, zwei, drei... Äh, nein, da wollte ich nicht hin. Drei... Nein, ich... Ich wollte... Nein, 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 nein. Hallo? Ich wollte da hin. Okay. Zugmotor? Nein. Luftheber wird jetzt mal ausgemacht. Das Ding brauchen wir nicht. Oh. Ja gut. Ja, erst mal Breakdance. Nein, ich... Ich... Ich wollte was anderes. Das Spiel lässt mich ja nicht. Schubkraft. So, hier. Nicht automatisch. Ja doch, das hier kann auch automatisch sein. Das hier soll auch aus sein. Ich wollte das hier haben. Wollte ich mal wieder auch noch? Okay, schade. Oh nee, müssen wir jetzt wieder alles machen? Oh. Das war nicht mein Fehler. Das war das Spiel. So, ja. Okay, gut. So, müssen wir jetzt... Zurück über die Schlucht. Okay, wir sind... Okay. Da können wir nochmal über einen der Werfer fahren, oder? Äh. Das lässt sich sicher ein... Ist jetzt alles richtig konfiguriert? Ja. Okay. Wurde wieder resettet. Geile Sache. Ne, wurde... Hä? Ach so. Das wollte ich. So, jetzt aber. So. F, gell? Mit dieser fetten Karre kommen wir da niemals rüber. Oh Gott. Immerhin haben wir es geschafft. Egal. Ja, komm. Boah, dieses Auto hier. Das kann man ja nicht fahren. Das ist eine Zumutung. Wo ist man eigentlich lang? Ähm. Ach nein. Äh. Das Spiel will mich doch verarschen. Das will mich doch... Das will mich verarschen. Wir fahren hier, dann fällt das Auto runter, die explodiert, stirbt. Meine Güte, ey. Nochmal. Nochmal alles. Nochmal. Zurück über die Schlucht. Da können wir nochmal über einen der Werfer fahren, oder? Ich über... Ich... Ich... Ich fahr den gleich rum. Das lässt sich sicher einrichten. Scheiße. Ein Geschützturm. Bleib mal ganz ruhig, Silphorella. Wir sind ja bald da. Ich glaube, 300 Mal und 2000 Ladescreens. Okay, okay. Dann mal los. Gegner befindet sich in einem Landfahrzeug. Okay.